Hallo, ich bin Steffen Braun, Rechtsanwalt und Partner der Anwaltskanzlei Braun-Paschke-Nahloch in Warschau. Unser Kanzleiteam berät deutsch- und englischsprachige Unternehmen bei allen Fragen rund um das polnische Wirtschaftsrecht, aber auch bei allen Fragen rund um das polnische Wirtschaftsstrafrecht. Besitzen Sie bereits einen Geschäftspartner in Polen oder beabsichtigen Sie, in der nächsten Zeit wirtschaftliche Kontakte zu einem Unternehmen in Polen aufzunehmen? Dann ist dieses Video bestimmt doch etwas für Sie. Wenn Ihr Schuldner Ihre Rechnung nicht bezahlt, auf Ihre Mahnung nicht reagiert und für Sie einfach nicht mehr erreichbar ist, dann sollten Sie ihm zeigen, dass Sie es ernst meinen. Denkbar wäre dann, eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Polen zu beauftragen, die sich mit Ihrem Schuldner in Verbindung setzt. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass Ihre Angelegenheit vor Gericht gebracht wird. In der Regel ist es so, meine Damen und Herren, dass Ihr Geschäftspartner, der Ihre Rechnung nicht bezahlt, der Meinung ist, Sie wären in Deutschland ganz weit entfernt und Sie würden nicht so schnell mit Beitreibungsmaßnahmen in Polen beginnen. Die Sache sieht dann etwas anders aus, wenn eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Polen mit Ihrem Geschäftspartner Kontakt aufnimmt und zum Beispiel eine Zahlungsaufforderung übersendet. Dies macht aus unserer Erfahrung einen größeren Eindruck auf Ihren Geschäftspartner, als wenn die Kontaktaufnahme einzig allein durch Sie oder durch Anwaltskollegen in Deutschland geschieht. Was können wir für Sie tun, wenn Ihr polnischer Geschäftspartner Ihre Rechnung nicht bezahlt? In der Regel versuchen wir zunächst einmal herauszufinden, warum Ihr Vertragspartner Ihre Rechnung nicht beglichen hat. Das kann unterschiedliche Gründe haben und hat in der Regel mit Böswilligkeit nichts zu tun. In persönlichen Gesprächen mit Ihrem Schuldner versuchen wir, eine für beide Seiten vertretbare Lösung zu finden und das ist zum Beispiel eine sinnvolle Ratenzahlungsvereinbarung. Hier hat Ihr Schuldner die Möglichkeit, das Gesicht zu warnen und Sie haben die Möglichkeit, ohne die Risiken und Mehrkosten eines Gerichtsverfahrens an Ihr Geld zu kommen. Und da ist noch etwas. Für beide Vertragspartner gibt es die Möglichkeit, eine schon seit längerer Zeit bestehende Geschäftsbeziehung aufrecht zu erhalten, die ja eigentlich bisher ganz gut funktioniert hat. Und noch ein Tipp. Nach polnischem Recht ist der Schuldner nicht verpflichtet, die außergerichtlichen Anwaltskosten seiner Gegenpartei zu tragen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass jede Vertragspartei, dass jede Partei ihre außergerichtlichen Anwaltskosten selbst trägt. Und das bedeutet für Sie, es macht durchaus Sinn, sehr schnell einen Rechtsanwalt mit Sitz in Polen in die Sache einzubeziehen und nicht erst den Umweg über einen Anwaltskollegen in Deutschland zu machen. Wenn Sie dieses tun, dann kann es durchaus sein, dass Sie doppelt bezahlen. Zum einen die Anwaltskosten in Deutschland und zum anderen die Rechtsanwaltsgebühren in Polen. Wenn Ihr Geschäftspartner also Ihre Rechnung nicht bezahlt, dann warten Sie nicht lange. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir versuchen dann mit Ihnen, die Schritte vorzubereiten und umzusetzen, damit Ihr Schuldner Ihre Rechnung bezahlt. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Abspann zu diesem Video. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!